Lass mal Schilder machen. Aber nicht so viel, glaube. Ey, wichtiger, das ist so Quatsch hier, ne? Kannst du mir hier ne Brücke bauen und so ne Side-Quest? Uh, du hast hier alles Finte! Äh, was? Ach du grüne Neune! Mit... Ne! Hey, ich war One-Hit vom Skelett, da ist irgendwas falsch. Ne! Ich denk mal, du hast geschildert und dann ist der Pfeiler... Ne, ne, ich hab gar nichts gemacht. Ich bin einfach umgedreht, das Pferd, äh das Pferd. Das Skelett hat mir in den Kopf geschossen und ich bin umgekippt. Das war ein Fehler vom Ding. Nein. Klipp! 100%! Ja, Klipp! Analyse. Ey, du darfst nicht vergessen, wenn du auf dem Pferd bist und dann ein Pfeil abbekommst... Ich bin da rumgerannt jetzt, was hast du immer mit deinem Pferd? Lass das Pferd da raus!